ok los geht's nur eine mögliche linie das wird schwierig das war klar aber damit kann man direkt in die leiter rein fast gestern im stream ist ja auch ganz am anfang direkt leiter beim ersten mal glaube ich direkt auf 84 gesprungen ich habe aus reflex weiter gedrückt bin erst mal runter gefallen hat dann aber die 140 geknackt und das war der anfang vom ende auf 2 euro el torero und dann hat er übelst gegeben und dann war der stream leider vorbei hoffentlich halten wir heute ein bisschen länger durch da schmeißt viele elefanten also das feature müsste gleich mal wieder kommen denke ich sehr schön sehr schön sehr gut habt ihr hier jemals ein vollbild gesehen von dem feature geht das überhaupt das wäre natürlich richtig krass auch mann besser als nichts aber war jetzt nicht die welt so sammeln was meinst du gehen wir die sona dann mal rein mal gucken ob die sona heute was macht wir müssen immer noch unseren rekord von 73 freispiel brechen mal sehen weil der hier täuscht scheinbar nur an heute müssen wir später noch mal zurückkehren wenn der automat bisschen warm gespielt ist weil er gibt viele freispiel symbole guck mal fast jede drehung einen aber nichts insgesamt keine 3 aber jetzt reingestockt zack sehr schön dann können wir danach gut wechseln sehr schön ein euro dann muss er ja zu spät gelesen jetzt hat er auf 60 cent hätte er bestimmt auch auf 1 euro gemacht jetzt brauchen wir nur viele verlängerungen und schwerter schwert hinten ist schon mal sehr gut zwei schwerter hinten ist sogar noch besser hätte er da noch eine burg reingeschmissen 60 euro okay die schwerter gehen ganz gut ach man schade 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 vier burgen wäre doch auch schon mal wenigstens 30 euro ist manchmal schön wieder ein schwert hinten oder verlängerung verlängerung ist in diesem spiel sehr wichtig sehr schön wieder hinten das schwert sehr gut kommt verlängerung leider nicht ist schon zweimal vorbeigefahren wieder na komm geil geil schwert und verlängerung sehr gut sehr gut und dann noch das schwert da hinten dass das könnte jetzt was werden na komm sehr schön zwei schwerter da hinten sehr gut sehr schön jetzt muss er gleich nur noch ein paar schwerter reinhauen der gewinnt ist schon mal ganz gut hätte er mal dort irgendein vernünftiges symbol wenigstens gegeben hat er leider nicht nicht mal vier bogen hätte er doch bisher machen können aber wir haben noch viele freispiele da ist auch einiges drin da ist noch einiges drin ich habe immer das gefühl leider diese voll aufgerüsteten schwerter gibt er viel selten als die davor ich weiß nicht genau ob es stimmt oder das nur mein gefühl ist aber eigentlich nicht schlecht ergibt nicht schlecht moin sultani was läuft cool dass du dabei bist aber den gewinnen können wir uns eigentlich nicht beschweren guck mal er hört nicht auf zu geben 50 leute sind jetzt dabei live korrekt cool dass ihr alle da seid alle die jetzt neu dabei sind noch nicht den kanal abonniert haben noch nicht das video geliked haben bitte das noch machen das hilft mir sehr das würde mich sehr freuen wenn ihr mich ein bisschen supportet moin exxon was geht auch wieder am start sehr schön zieht euch das rein es läuft einfach es läuft daniel driesen kannst du mal merko magnus spielen kommt auf jeden fall auch noch kommt auf jeden fall goldenes schwert ist sonst auch nicht so mein favorite ja aber heute gibt er heute gibt er zieht euch mal diese gewinne rein besser geht nicht also klar okay besser geht noch aber das läuft schon ziemlich gut sammelt hat einfach die ahnung tisona ist das krasseste spiel und die freispiele hören einfach nicht auf heftig guck mal noch ein schwert und bestimmt gibt er gleich noch mal eine verlängerung irgendwann 64 leute krass wenn tisona läuft dann bleiben die leute natürlich auch schön dass alle dabei seid gerne wenn ihr neu dabei seit dem kanal noch nicht abonniert habe daumen hoch noch nicht gegeben aber bitte es supportet uns ein bisschen das kostet euch nicht und hilft uns sehr marco sagt doch tisona rock ja hast du recht tisona ist ein geiles spiel guck mal vier fäuste einfach so okay sind nur 450 aber direkt wieder ein schwert also es läuft einfach guck mal noch ein schwert und auch schön weit hinten so läuft das und den rekord von 73 freispiel schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr aber wir haben auf jeden fall sehr viel mehr gewonnen und das ist viel wichtiger guck mal noch ein schwert er hört nicht auf hey julian oder julian was läuft alles klar bei dir schön dass du dabei bist irgendwann bräuchte immer fünf schwerter oder so das wäre richtig heftig hat auf 30 cent mit 2300 euro krass das ist krass auf 30 cent nicht übel läuft bei dir marco schon wieder ganz hinten heftig die freispiele hören nicht auf die hören einfach nicht auf na komm jetzt noch eine verlängerung das wäre es gewesen das wäre richtig krass hätte er jetzt noch eine verlängerung gegeben 74 leute im chat cool hi schön dass ihr alle dabei seid ihr seht ja es geht ab es lohnt sich hier dabei zu sein schade 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 das war es aber wir haben gut abgeräumt wir können uns nicht beschweren einmal leiter schade scheiße ich dachte er springt auf 140 ja es läuft michelle es läuft so green amolette 544 hat einer gesagt